1, 2, 1. Ja, mit einem lustigen Traktor-Derby begrüße ich euch und natürlich auch den Baum hier beim Muppetech. Ja, Traktor-Derby. Also eine alte Tradition bei Farmern. Also die Faggio, den Rasenmäher. Ne, wir nehmen den Trecker, den Fieldmaster. Jawohl, kein Helm. Ich habe leider kein Farmer-Outfit. Du auch nicht. Naja. So, in der Videobeschreibung steht... Äh, in der Videobeschreibung steht der Link, aber in der Muppeschreibung steht auch, dass hier wir beim Huchen erstmal Headbanging machen. Äh, dass es kein Rennen auf Geschwindigkeit ist. Los. Hallo. . Machen, makken, 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 makken sie langsam. Ja, aber da steht ja auch, ne, Step by Step. Leider nur für fünf Mann das Ganze. Hätte man oben, hätte man eine schöne Plattform umbauen können. Dann hätte man das auch mit 30 fahren können. Die Frage ist nur, wie haben sie die Traktoren hier hochbekommen? Fahren. Mensch, Baum, du musst mal den Landwirtschaftssimulator spielen, dann weißt du sowas. So. Wie wäre das? Nein, oh, mach mal fest, wie in der Stelle. Oh, ne, das ist kein Pharma-Lied. Ach, ich lieg schon wieder auf dem Dach. Da hätten wir ein Moped, ne? Ja, die Fadio. Ja. So. Aber ich will Trecker-Spaß. Warum bist du denn mit dem Trecker so geübt, Junge? Alter Farmer. Alter Farmer. Glaub auch, kommst bestimmt vom Land. Draus vom Lande kommst du her. Es ist Weihnachten sehr. Nein, es farmert sehr. So. Alter Schawede. Den rette ich jetzt nicht mehr. Ich gucke nicht. Ui. Wow. Hier kommt noch ein paar schöne Saltos. Saltis. 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 Wie wird der Ray jetzt wieder anfangen, mit der Jackie zusammen auf der Straße nach Berlin? Darf ich eine Bäckerin? Ah. Wow, mit Highspeed hier. Geronimo. Kann ich denn Backflip machen? Nein, kann ich nicht. Und er explodiert. Und die Folge heißt Kulle, Kulle Trecker rollen. Warum komm ich da hin? Ja, da komm ich rein. So. Hallo, ich will hier rum. Ich kriege es mit dem Tracker echt nicht hin. Jetzt habe ich mich aufgebockt. Oh, der war direkt das Ziel. Uiuiui. Ja, ich mache hier hinten noch Schleichgang. Du, 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 du. Hier ist das mal hier, anders. Und da kommt ein Baum. Das ist hier Racing Action vom Feinsten. Ja, nur weil du wieder der Profi-Fahrer beim Trickern bist. Dieser Speed. Bams. 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 Bloß dahinter war ja wohl 1++++, aber die Streckenzusammensetzung, naja. Ja. coat. Was gibst du? 4. Richtig, 4, war scheiße. Trigger rennen bei Stuntrenn. Ganz schlechte Idee. Macht mit 5 Leuten bestimmt auch nicht mehr Spaß. Weil man rollt nur den Berg runter. Wer deine channeljenige möchte gerne, aber nicht für uns. Bis dahin. Ciao, ciao.